hey leute herzlich willkommen zu einem video heute habe ich wieder was richtig cooles für euch und zwar habe ich das neue huawei nova 5d für euch dieses wollte ich kurz hier im video vorstellen damit ihr meinen ersten eindruck davon bekommt und ich würde sagen direkt nach dem intro legen wir los bis gleich sie oder wir ich weiß was ich wähle so willkommen zurück ja das nova 5d soll ja dem huawei 120 sehr ähneln oder auch gleich sein da ich das aber nicht kenne vom hören her ja aber ich hatte es noch nie in der hand zählt das für mich hier als neues huawei smartphone und so möchte ich das auch hier euch zeigen und präsentieren ja gucken wir uns an was hier so im lieferumfang dabei ist das ist einmal hier die verpackung ich habe schon mal alles hier raus geholt wir haben hier ein supercharge netzteil von huawei mit dem lässt sich das smartphone innerhalb von 30 minuten bis zu 50 prozent aufladen und das ist auf jeden fall super super schnell wie ich finde dann haben wir hier ein ladekabel und zwar ein usb typ c das heißt das smartphone heißt hat usb typ c anschluss zum aufladen außerdem bekommen wir diesmal da bin ich auch etwas froh darüber die etwas besseren kopfhörer von huawei und nicht diese die sonst damit verpackt sind bei den etwas günstigeren modelle modellen und die klingen auch relativ gut hier ja wir haben hier einen usb typ c anschluss das heißt das smartphone selber hat keinen klinken anschluss aber ihr bekommt hier so einen kleinen adapter mit dazu wo ihr dann auch eure kopfhörer da dran anschließen können so könnt ihr auch kopfhörer mit klinken anschluss immer noch damit verwenden ja was kommt noch dazu wir haben hier einmal unseren unsere sim nadel sage ich mal mit dem man den sim karten tray heraus ziehen kann um die sim karten einzulegen außerdem hier eine garantie karte und quickstart guide eine hülle ist hier leider nicht dabei was aber gut ist wir haben eine display folie direkt auf dem smartphone was er auch nicht überall gang und gäbe ist hier haben wir jetzt unser nova 5t was auch wirklich sehr schick aussieht auch ist es sehr gut verarbeitet wir haben hier hinten auch glas und dieses bringt auch ein richtig cool lichteffekt rein wenn man das zum beispiel tageslicht in der sonne hält und es blendet auch extrem also kommt darauf an welche lichteinflüsse euch da auf die rückseite drauf strahlen ja man erkennt auch hier sofort dass es ein huawei smartphone ist hier haben wir unsere quad kameras drin aber da kommen wir gleich noch näher drauf ein kommen wir vielleicht einmal hier kurz noch zu den maßen wir haben hier eine länge oder höhe je nachdem wir sehen möchte von 154 mm dann haben wir eine breite von 73 und eine tiefe von 7,8 mm was auch sehr sehr schlank ist das ganze merkt ihr auch wenn ihr in der hand hält es passt auch super in der hand trotz seines displays von 6,26 zoll sitzt es wirklich sehr sehr angenehm hier in der hand wir haben ein gewicht von 174 gramm was auch sich in den grenzen hält und auch angenehm zum tragen ist auch in der hosentasche und auch hier in der hand wenn man länger damit telefonieren das nova 5t gibt es auch in verschiedenen farben genauer gesagt drei stück einmal haben wir hier mit summer purple black wie hier bei mir und crush blue dadurch dass wir auch hier glas haben ist es natürlich auch fingerabdruck anfälliger sage ich mal aber dennoch fühlen sich die materialien sehr sehr angenehm an und sind auch wirklich sehr hochwertig schauen wir uns das handy noch ein bisschen näher an wir haben hier auf der rechten seite ein fingerabdruck sensor daneben haben wir eine lautstärke wippe auf der anderen seite haben wir dann hier unseren sim tray also für unsere dual sim karten diese könnt ihr hier rein machen ja vorneweg wir haben hier eine version mit 128 gigabyte und diese lassen sich leider nicht erweitern also ihr habt hier wirklich nur die wahl zwischen zwei sim karten oder eine die nutzen können und das bleibt natürlich euch überlassen ja auf der unteren seite haben wir hier dann unseren typ usb c anschluss und hier unsere mono lautsprecher so ich würde sagen es ist eine zeit das zu entsperren ihr habt gesehen wie schnell es geht einfach hier kurz auf den fingerabdruck sensor und schon ist das gerät eingeschaltet ihr könnt das auch hier drücken ist also auch ein druck empfindliche taste darunter damit könnt ihr das auch zum beispiel im nachhinein wenn ihr möchtet auch komplett runterfahren smartphone und wie gesagt der sensor der funktioniert wirklich super einfach genial ja wir haben hier unser großes display wir hier sehen können dieses hat eine auflösung von 2340 x 1080 und ist full hd und sieht auf jeden fall super gut aus die kontraste und auch die schärfe vom bild ist einfach perfekt wie ich finde und kann sie auf jeden fall sehen lassen angetrieben wird das ganze von huawei eigenen kirin 980 octa kern prozessor der wird von 6 gb ram unterstützt es gibt auch eine 8 gb version aber bei mir handelt es hier um die 6 gb ich weiß gar nicht ob auch in deutschland die 8 gb variante verkauft wird als grafikprozessor haben wir hier den mali g 76 und ereignet sich auch sehr gut zum zocken also ich habe hier auch fortneid und dieses neue call of duty teil hier drauf gezogen es läuft alles super flüssig und die grafik schaut echt hammer aus schauen wir vielleicht kurz hier auch welche android version wir hier drauf haben wie ihr hier unten sehen könnt haben wir android 9 drauf und emu emu version 9.1.0 und das ist auch ziemlich aktuell natürlich und ich mag dieses emu wirklich sehr sehr da ist wirklich sehr viele einstellungsmöglichkeiten gibt und das das ist ein alleinstellungsmerkmal sage ich mal von huawei finde ich jetzt ihr seht auch hier oben links in der ecke einen schwarzen kleinen punkt und das ist eine frontkamera hier diese als sage und schreibe 32 megapixel und eignet sich wirklich sehr gut für selfies diese hat eine blende von f 2.0 und dadurch sehen eure selfies wirklich super gut aus werden gut ausgeleuchtet auch in dunkleren umgebungen kann man immer noch was erkennen kommen wir noch mal zu den kameras auf der rückseite hier dieses quad kamera trio wollte schon sagen das passt aber nicht wir haben hier wie gesagt quad also vier kameras integriert einmal mit 48 megapixel bei einer blende von f 1.8 und darunter befindet sich gleich eine 16 megapixel mit einer blende von f 2.2 und diese und diese mit jeweils 2 megapixel und jeweils blende f 2.4 mit dem 3750 milliampere akku komme ich auf jeden fall den ganzen tag über gut davon habe abends wenn ich noch ins bett gehe um die 25 bis 30 prozent restakku wo ich den ganzen tag hier rumsurfe ein paar bilder mache ab und zu und auch ab und zu mal ein spiel in der pause damit zocke neben lte habt ihr natürlich hier auch wlan 2,4 gigahertz und 5 gigahertz netz bluetooth 5.0 nfc und gps ist hier natürlich auch mit an bord also man sollte auf jeden fall nicht viel vermissen schauen uns hier noch kurz den speicher an damit ihr wisst wie viel ihr speicher übrig habt also von 128 gigabyte sind 16 gigabyte belegt der rest gehört euch und könnt ihr damit wie gesagt apps videos bilder und so weiter alles drauf machen schade dass es nicht erweiterbar ist aber 128 gigabyte ist auch nicht gerade ultra wenig und in den heutigen zeiten mit den cloud services die man sowieso hat kann man auf jeden fall damit gut leben ich finde auf jeden fall das huawei nova 5t richtig klasse es gefällt mir sehr gut schmeichelt wie gesagt in der hand wenn man es drin hat mein fazit für das nova 5t von huawei ist durchwegs positiv ich bin auf jeden fall überrascht mir gefällt auch hier rechts der fingerabdrucksensor der sehr gut darauf reagiert die front und die hinterkamera sind genial also machen wirklich schöne bilder klang ist auch in ordnung schade dass es kein stereo hat aber es ist dennoch ganz ganz gut und man kann damit musik hören die akkuleistung bringt euch auch über den ganzen tag so wie viele anderen high-end smartphones natürlich auch und da ist mit dem huawei nova 5d seite da im nichts nach das einzige was vielleicht ein bisschen stört sind hier diese fingerabdrücke auf dem glas aber wie gesagt mit einer hülle sollte das auch auf jeden fall kein problem sein das nova 5d ist natürlich auch super schnell dank dem kirin prozessor und auch den 6 gb ram hier außerdem haben wir hier wirklich ein sehr großes display bei wirklich kompakten maßen wo mir auf jeden fall sehr sehr gut gefällt ja von meiner seite habt ihr auf jeden fall eine klare kaufempfehlung ihr könnt euch das ganze noch mal etwas genauer anschauen ich werde das ganze verlinken und probiert selber aus sagt mir eure meinung dazu wie ihr das handy findet wie gesagt es gibt schon das honor 20 was eine kopie also das hier soll eine kopie von 20 sein kann gut sein ich kenne es nicht wie gesagt am anfang des videos möchte das als ein neues smartphone bewerten und mir auch anschauen weil das andere nicht in der hand gehabt und auch noch nicht gesehen habe ja an dieser stelle leute danke nochmal fürs zusehen und ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal wieder mit dabei bis dahin macht's gut ciao ciao